warum machen die glühwähmchen da oben sticks bretter schweine pürzel schirne also die überhaupt hatte wegen sperr zur not dabei aus welcher war hier ist das ist so ein seil ich habe eine mit honey nuggets lecker honey nuggets ja eine axt bräuchte ich noch gibt die biene denn noch lange welche biene das ist ja keiner drauf geachtet dafür dass ich noch eine fackel habe immer die bienen tot dann ist egal ich brauche nur eine neue holen noch das ist schon wieder lol nehmen wir nicht mal blitz ableiter eine stroh rolle ich habe aber die killabine getötet sechs stück fünf stachel und einmal honig hier liegen auch noch stachel rum naja mal gucken hier du gehst jetzt am besten hin da gehe ich mal am besten lang da ich nehme ein paar bären damit hier ich glaube jetzt erstmal hier in eine richtung guck mal im macht immer wieder die karte hängt ja ich renne mal eine biene vorbei und die haut mich einfach das waterwink ich weiß dass es nass ist mein fräulein spinne tot kleine spinne ach ja vielleicht ist bescheuert doch vielleicht muss ich versuchen auch schon wieder ein blitz einschlag ach weiter geht es nicht okay kann man ja mal machen kann man aber auch lassen kann man auch lassen ja also wir werden da drüben geht es weiter auf jeden fall aber wie komme ich da hin muss ich für einen anderen weg suchen wenn du da hinkommst ah ja oh jetzt gleich schon wieder alles nass bei mir oh die bienen mich verarschen oh lecker oh die nuggets ich renne mal an dem vorbei und die versuchen mich zu hauen ja würd ich auch machen ach wahrscheinlich wegen den imkerhut oder was keine ahnung haut ab haben wir da oben alles aufgedeckt ne jetzt ist die karte natürlich weg manchmal ist die karte ein bisschen buggy manchmal will der nicht folgen manchmal bleibt die karte einfach stehen und er ist weg du bist behindert so geht jetzt der weg da nach oben hier die killer bienen haben tutan gekillt nice ach hier sind gräber mein fleisch mein fleisch das geht aber schon ja ja verpisst euch ihr killer bienen ich bin nur bei denen in der nähe und die greifen mich an haha red cave von vorne bin ich auch so schon fast tot hab ich keine schaufel ich dachte ich hätte eine schaufel hier sind killer bienen ok warum sind denn hier ein bien kann es mal bitte aufhören zu regnen kann es nicht eis oh geschmolzenes eis ist hier ok äh das ist das so extrem lange regnen muss ne wie lange das eis bei mir anhält wenn ich jetzt unterwegs bin aha zorgi eis zorgi eis boah kann es auch nicht regnen spitzhacke bleibt bei meinen händen aber ich hasse gleich wenn ich kämpfen muss nein rutscht mir die scheiße wieder aus den händen auf jeden fall hier ist oben ganz viel mining ok den weg hoch müsste es eigentlich weißt du ich decke das jetzt bei dir auf immer noch weißt du nicht ups ja mir decke das immer noch auf oh andersrum aber nicht so ein bisschen komisch ja ich erkunde auch grad gar nichts ja aber da auch wo du vielleicht weil das andere weil ich das andere schon erkundet hatte ne das andere hatte ich auch erkundet wo ich vorher war ja aber das hatte ich schon ja aber das hatte ich schon hunde 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 ja ich hörs ich komm zurück ja aber mir hat das auch nach und nach wieder gekundet deswegen ich hab abigail nicht fuck ja pech ne wolltest du sein ne das ist nicht geil kommt grad einer aber was ist hab ein ja wie viel hast du zwei stück zwei ok auch zwei gleich tot mal drei mehr ich habe auch noch dahinter mir hier ja liegt euch lass mich in ruhe ich bin es kriegt tot hast du eine fackel nein habe ich nicht ist natürlich jetzt ein bisschen mies ne ja ich habe eine fackel noch zur not ja was schaue ich die denn hinten da ist auch abgehauen hilfe ach komm mal mit hundis hilfe bin tot mein gott wo ich direkt in hunde reingerannt bin ich lauf einfach immer mach du mal ja irgendwann werde ich schon bienen oder so finden ja jetzt geht meine higiene gleich runter und dann sterbe ich ähm ja als geist sechst du jetzt auch auf ah ok wo sind sie eigentlich die hundis gar nicht irgendwo hinter dir ne ach doch gerade nicht hier ist die blume hinten bei mir moment bei dir ja oh mein gott jawohl ich habe es geschafft bienen gegen oh fackel vorsichtig ich brauche mir lieber eine zweite fackel zur not naja aber die fackel pfff lol komm werd hell werd doch hell ich sterb gleich ne weg ja lass mal 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 uuuh ja du musst weiterlaufen der letzte köter da fehlt noch ja der muss weg ja der muss weg hu 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 jetzt ist er gleich tot nice jetzt muss ich erstmal mein gehirn aufwecken definitiv mach du das mach du das und ich geh mal gucken vielleicht finde ich ja hier irgendwo einen stein weil du ja momentan eh nicht genug leben hast ne 24 ja siehst du deswegen guck ich einfach mal nach was wichtig ist ist jetzt erstmal das aufdecken hier ok hier sind ziegen ziegen in der wüste ja ok aber ganz schön viele kacken die auch also nicht ich muss mal gucken was wir an salben noch haben ey lasst ihr mich mal hier durch jetzt hänge zwischen denen fest boi wo ist denn wohl die salbe wo ist denn die scheiß salbe gewesen? und fuck freezer box man 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 survival ich hatte generell noch so wenig lebe und dann die fliegen kiecher oh hier oben sind köter noch ok da wo ich bin warte mal deckt er das das deckt er bei mir nicht auf was soll der kack denn? bei mir ja